Die Therapie nach Dorn ist ein sanftes, manuelles Konzept, das hauptsächlich angewandt wird, um Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparates zu behandeln. Es handelt sich hierbei in einer Therapie, wo die zu behandelnde Person selbst aktiv mitarbeiten muss. In einem sanften Rahmen wird die Möglichkeit geboten, Gelenke zu behandeln und ihre Stellung zu optimieren. Die Dorn-Methode ist eine sanfte Wirbelsäulen- und Gelenkbehandlung, die darauf abzielt, viel Stellungen der Wirbel und anderer Gelenke zu verbessern. Die Technik basiert auf der Annahme, dass viele gesundheitliche Probleme, insbesondere Rückenschmerzen, durch eine nicht ganz optimale Stellung von Wirbeln und Gelenken verursacht wird. Die Methode verwendet sanften Druck unter aktiver Mitbewegung, um die Gelenke und Wirbel wieder in ihrer natürlichen Position zu begleiten. Dabei werden die zu behandelnden Personen aktiv mit einbezogen, indem diese bestimmte Bewegungen ausführend, während der Therapierende einen sanften Druck ausübt. Diese aktive Bewegung unterscheidet die Dorn-Methode von vielen manuellen Techniken und soll helfen, die Behandlung effektiver und nachhaltiger zu machen. Die Dorn-Therapie stellt ein sanftes, gefühlvolles Regulieren in der Dynamik dar. Die Muskulatur ist dabei aktiv und es sind unbegrenzte Wiederholungen möglich. Die zu behandelnde Person arbeitet mit. Es gibt nur ganz wenige Kontraindikationen und korrekt ausgeführt nahezu keine Risiken und daher von fast jeder Person leicht erlernbar. Der Begründer der Dorn-Methode, Dieter Dorn, wollte bewusst, dass seine Methode allen Menschen weitergegeben werden kann, damit möglichst viele Leute Zugang zu diesem wertvollen Toolkit haben.